Also war das schon so magisch, also auch eure erste Nacht, die ihr miteinander eigentlich dann verbracht habt? Nein, wir haben nichts verbracht. Ihr habt morgens nach Hause gefahren. Naja, aber ihr wart ja ein paar Stunden zusammen. Wir haben die Küche sauber gemacht, wir haben gespült, wir haben diese ganzen Geburtstagskram dann aufgeräumt zusammen. Wir haben diese Videokassette von Österreich vor mit seinem Onkel und Tante, was hat er mir alles gezeigt. Und was hat dir besonders gut an ihm gefallen? Die Art, er war ruhig und dieses Wissen, was er so hatte. Und ich habe ja auch meine Arbeit damals schon gemacht, habe ich dann gar nicht getraut, so richtig auch was zu sagen. Und dann haben wir uns ein bisschen herangetastet an diese Dinge. Ja, und dann sind die Treffen immer mehr geworden. Und dann fing er irgendwann an mit Erich von Däniken von den Büchern. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du ja ruhig was sagen mit dem, was du schon lange machst. Und dann sind wir so mit einmal auf einer Wellenlänge gewesen. Und dann erzählt er mir, dass er immer wusste, dass eine tolle Frau kommt, mit der kriegt er drei Kinder. Was du mir gesagt. Ja, und so genau, das war ich. Ja, eben, weil in Munheim war ich mir eine, ich fand sie ja gar nicht so toll. Aber dann hat sie mir immer wieder gesagt, also im Schlaf, allen Flüstern, die voll toll finden, alle ganze Nacht durch, immer und immer wieder. Und dann, weil eine Sterne steht, nie mehr eine Traumfrau ist und Kinder machen und so eine ganze Bumsen, Wald und Weltherrschaft, alles. Aber erst heiraten. Ja, Gott sei Dank, sonst hättest du mich ja gar nicht genommen, wenn ich dir das nicht immer wieder gesagt hätte. Wollt er nämlich erst gar nicht. Nee, 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 weil, sag mal, alte Krähen, das muss ich sagen, ich habe, ich konnte ja alle haben damals. Also war ein fescher Kerl, alles gut ausgeht, eloquent. Ja, lasst uns noch mal zu dieser romantischen, ja fast magischen ersten Nacht zurückkommen. Das klang ja ganz zauberhaft. Nee, nee, also von wegen, weil, also nein, und ich wollte bumsen, ne? Und ich, weil ich rand an Marie und, aber dann ist nur kochen und putzen, Küchen, Mann. Ja, musste sein, ne? Die hatte ja schon seit Jahren keiner mehr sauber gemacht. Das war wie im Urwald da drin. Die Teller kamen einem entgegen. Die Essensreste hatten Augen. Da waren Schlingpflanzen. Später haben wir dann, also ich wollte dann beim Film gucken, ne, auf Videokassetten. Ja, aber der Luke, der hatte nur die eine Kassette mit den Filmen von seiner Familie aus Österreich. Das war lustig, ne? Also bei dem, mit, äh, Opa Adolf, ja, so ein kröner Schiff bei uns, der halt auch, und, äh, Adolf, ne, und der Onkel, ja, der, wo ich im, im Keller gewohnt hab damals, ne? Also musste ganz, ganz lange mit, äh, von denjenigen zusammen auch. Und, gut, also, was dir an Luke, unserem Thomas Magnum von AstroTV, so gut gefallen hat, das kann sich ja wohl jede Frau vorstellen. Aber was hat dir, Luke, denn an Loreley gleich so gut gefallen? Och, naja, also, das weiß ich gar nicht, weil, äh, das antwortet sie ja eigentlich immer für mich. Ja, ich weiß ja auch besser, was du willst, als wie du, ne? Die neue Handtasche zum Beispiel und die schöne Kette, die Schuhe mit den hohen Hacken, ne? Hättest du nicht gewusst, dass du mir die schenken willst, wenn ich's dir nicht gesagt hätte, ne? Ja, gut, klar, stimmt auch wieder, ne? Ja, weil, äh, sag mal, kann ich mal, äh, ganz kurz, äh, auf Toilette, man, ich muss mal. Na, das wüsst ich aber, ne? Du musst erst, wenn ich dir das sage, verstanden, da ist aber auch schon so eine kleine gelbe Pfütze. Ja, aber doch nur, weil er sich so freut, der Luke, ne? Ja, kann sein, wenn sie was sagt, ne, gut, aber, äh, wenn ich, äh, einen kleinen Schnaps, hätt ich jetzt doch schon gern, ne, weil, das ist alles von allem, das Einzige, was ich noch selber weiß, ne, weil, äh, ohne hättest du das ja alles auch nicht aus, ne? Ich traf einmal ein Mädchen, da ist ihr was passiert, eigentlich lief alles super, sie war auch schön rank und schlank, wir waren grad so beim Vorspiel, es tönt leis Kuschelrock, plötzlich sagt sie, ich kann so nicht, so hab ich keinen Bock, ich steh auf Blasmusik, auf schöne Blasmusik, Blablablablasmusik, weil's nix Geilres gibt, ich steh auf Blödmusik, auf Blablablödmusik, weil's nix Döfres gibt, Hahaha, jawohl, liebe Freunde des filigran versauten Fickelwitzes zum Mitklatschen im kleingeistigen Klemmwichsergewand. Willkommen zurück zur Stadl-Show. Live aus der erfolgsverwöhnten Dr. Frankenstein Versuchsküche zur öffentlich-rechtlichen Wiederbelebung vormals noch relativ gesunder Fernsehleichen. Wo sich ein sexuell frustrierter ARD-Redakteur bei der monatlichen Mittagspausenmasturbation anscheinend gedacht hat, dass es doch ganz schön frivolpikant sein dürfte, wenn man so ein paar ohne nie erfahrene Ohrfeigenvisagen ein zotiges Liedchen grölen ließe, in dem ein blutjunges, sauber rasiertes Mädchen ihre Vorliebe für Fallatio gesteht. Das muss doch einfach Stimmung in die muffige Seniorensause bringen, oder? Oder nicht? Ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich, versauter alter Sack, mich eines Tages für den angestaubten Spießerstadel schämen müsste. Doch diese drei debilen Söhne der Wanderhure haben es geschafft. Noch keine Haare am Dudelsack, aber perverse Pimperlieder singen wie Micky Krause nach dem Viagra-Einlauf. Und sollten Sie übrigens gerade so ein seltsam ratterndes Geräusch hören. Keine Angst, das sind nur Borg beim Brechdurchfall und der Moik, der in seinem Grab rotiert. Du hast schon so viel gesehen, du machst schon überall und bist aufgetreten. Schau jetzt auf unsere Deko und sag, was du davon hältst. Wie findest du die? Wow, die Geschichte, ich muss es sagen, ich bin ja schon beim Karl Moik gewesen damals. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann hat mir das auch sehr, sehr gut gefallen beim Andi, wirklich von der Bühne her. Und es muss in dem Sinn, Show must go on, hat ihre Queen, in dem Sinn Freddie Mercury schon gesagt. Und, und, weil wirklich, der Andi war ein Freund von mir, ein Kollege, aber es muss trotzdem weitergehen. Und deswegen wünsche ich wirklich nur das Beste, das war's dir, Alexander, Transine und alle miteinander. Mal einen Riesenapplaus für die ganze Organisation da, wirklich. Ja, danke, das ist echt total süß von dir. Ja, aber jetzt sag mal wirklich, DJ Fozzi, wie findest du unsere antiseptische Après-Ski-Schnellficker-Deko, ha? Jetzt auf einer Skala von 99 bis 100. Boah, naja, also weißt du, ich bin ja schon überall gewesen. Also beim Moik, seiner Mutter zum Mountain-Museen im Meißenheim, beim Andi Borg zum Anal-Bleaching in der Arschbegegnungsstätte vom BR. Ich sag's mal, auch Salzgitter hat seine schönen Seiten. Wenn man nicht hinschaut, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, 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 ich hab die Frage vergessen. Was passiert jetzt? Ja, 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 das kann passieren bei so komplexen Gesprächen. Wie du unsere mega geile neue Deko findest, wollte ich wissen, ha? Also ich meine, super oder spitze? Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ja, ja, also eben, auf jeden Fall. Also das, das find ich schon, also das kann man jetzt ja auch nicht verallgemeinern, aber auch die Queen hat ja schon gesagt, ja, we are the champions. Es ist Scaramouche, Scaramouche, Flash, aha, I want to break free. Ich, komm, ich, ich muss dich einfach nochmal drücken. Ein riesen Applaus, hier für den blöden Spürlapp mir und auch für die rote Rückkopplung, die wir so am Rundschreiten. Ja, 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 danke, 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 danke auch an DJ Plautzi mit seinem schicken, selbst gehäkelten Klorollnut. Danke, dass du da bist, wirklich, aber, aber pass auf, ich muss, ich muss noch einmal nachhaken. Also, was gefällt dir persönlich besser, also ganz neutral? Das Design von dem doofen, alten, abgesetzten Scheißhaus Stadel oder das fesche, frechdesign von der coolen, neuen Stadel-Show, in die du bestimmt nochmal eingeladen werden möchtest, ne? Also, jetzt sag's ganz offen, ohne Druck, deine ehrliche Meinung, komm. Naja, also, ich muss, ich würde, also, ich kenn ja beide noch, also, ist immer, ja, meine Fresse, bist du jetzt wirklich so blöd, wie du ausschaust, Mensch, du abgelutschtes Laberzämpfchen. Megascheiße finde ich diese neu reich gepimpte Juppi-Trockenhütte aus dem Kurzfragenkatalog. Das ist alles so authentisch wie ein veganer Furz beim Weißwurstfrühstück, so wie diese ganze Dreckshow hier. Wir kochen gleich die Eier hart unter der Mütze, also, so rege ich mich auf über diese auch spätgerührten Stadel-Smoothie, hast du mich, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, äh, äh, ja, du, äh, 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 noch mal knuddeln, hä? Ja, noch mal knuddeln. Äh, 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 äh.